In diesem Video geht es um die besten Bohrhammer. Der Qualitätssieger in unserem Bohrhammer-Test geht an den Bosch GBH228F. Der GBH228F ist ein leistungsstarker Bohrhammer mit SDS-Plus-Werkzeugaufnahme, der eine außergewöhnliche Leistung bietet und den Benutzer effektiv vor Rückschlägen und Vibrationen schützt. Der 800 Watt Motor und die Schlagenergie von 3,1 Joule garantieren einen schnellen Arbeitsfortschritt. Angetrieben von einem 880 Watt Motor, der 3,2 Joule Schlagenergie erzeugt, bietet dieser Bohrhammer eine außergewöhnlich schnelle Bohr- und Meißelleistung. Erkennt der integrierte Sensor ein plötzliches Blockieren während des Arbeitsvorgangs, schaltet der Motor innerhalb eines Sekundenbruchteils ab. Dieser Vorgang reduziert somit das Verletzungsrisiko. Ein Verriegelungsknopf sorgt für weniger Ermüdung, da der Auslöser nicht kontinuierlich gehalten werden muss. Zudem werden saubere Bohrstarts durch die stufenlose Drehzahlregelung sichergestellt. Ein im Getriebegehäuse positionierter Gegenschwinger wirkt den Luft- und Massenkräften aus dem Schlagwerk permanent entgegen und verringert so die Vibrationswerte. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Einhell TERH 32. Der Einhell Bohrhammer TERH 32 ist ein 1250 Watt starker Helfer mit vier Basisfunktionen für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung. Bohrhammer kommen dann zum Einsatz, wenn es grob wird. Sie schlagen und bohren sich in widerspenstiges Material wie Stein und Beton. Durch die Schlagimpulse wird das Material regelrecht zermürbt, die Schneide durch die Drehbewegung frisst sich in das Material und bricht es aus. Bohrhämmer eignen sich ebenso für Abbrucharbeiten wie für das Einreißen oder Wegbrechen von hartem Material wie Beton, Ziegel oder Stein. Bis zu 5 Joule setzt der Bohrhammer auf das Werkzeug um und schafft mit dem pneumatischen Schlagwerk einen sehr guten Vortrieb für bis zu 32 mm Bohrleistung in Beton. Der robuste Aluminium-Getriebekopf erhöht die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Bohrhammers, die LED geben den Status an. Einsatzbereitschaft oder die Notwendigkeit eines Service aufgrund von Bürstenverschleiß. Die Presskontroll dient der Visualisierung des optimalen Anpressdrucks. Große Softgripflächen und der durch Verrippung sicher fixierte Zusatzhandgriff bieten einen festen Halt und damit eine sichere Handhabung. Der schwingungsgedämpfte Handgriff minimiert die Vibrationen im Einsatz. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bohrhammer-Test ist der Bosch GbH 221. Bohrhammer mit SDS Plus GbH 221. Boschs GbH 221 Professional Bohrhammer mit SDS Plus Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren. Sein starker 720 Watt Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm. Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi Hammerbohrleistung. Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammer-Einstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt. Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk. Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel GDE 16 Plus, GDE 68 und GDE 162. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.